Hallo, guten Tag. Es freut mich dich hier wieder zu sehen und es freut mich, dass du etwas zum Thema Gitarre und zum Thema Musik lernen möchtest. Du hast auf meinem Gitar-Help-Kanal vor diesem Video schon drei andere Videos zum Thema, wie kann ich meine Gitarre stimmen. Dabei ist es empfehlenswert, es wirklich nach Gehör zu machen. Wenn dir jemand die richtigen Töne vorspielt, drehst du so lange, bis du einen Ton gefunden hast, der dem, den du hörst, entspricht. Das Stimmen mit dem Stimmgerät kann oft eine große Hilfe sein. Voraussetzung ist aber auch, dass du nicht nur die Namen der Töne der leeren Zeiten kennst, E, A, D, G, H oder B und E, sondern dass du auch weißt, was liegt zwischen diesen Tönen. Denn wenn dein Stimmengerät dir ein C anzeigt, du möchtest aber ein A haben, ist es wichtig zu wissen, wie ist der nächste Weg zu diesem A. Damit du nicht in eine falsche Richtung stimmst und viel zu hoch oder viel zu tief am Ende herauskommst. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dir jetzt die Stammtöne vorstellen. Also die Töne, die bei dem Klavier mit den weißen Tasten gespielt werden. Du musst dafür noch keine Noten können. Du musst eigentlich nur das A, B, C beherrschen. Ich hoffe, das kannst du und ich erkläre dir jetzt im folgenden Video, wie du das arrangieren musst und wie es dir dann helfen kann, digital nach Stimmgerät zu stimmen, damit du dich da nicht verirrst. Zudem ist es natürlich total wichtig, dass du wenigstens das musikalische Alphabet sprechen kannst, bevor du anfängst, ein Instrument zu lernen. Diese Töne nach Noten oder nach Zahlen spielen zu lernen, kannst du später noch. Wichtig ist jetzt erst einmal die Reihenfolge der nur sieben Töne. Let's start! So, vor uns auf dem Papier die sechs Seiten der Gitarre. Die tiefste Dicke ist die sechste Seite. Auf dieser Seite findest du neben dem Ausgangston E noch das F und das G. Die fünfte Seite gibt dir zuerst den Ton A. Du kannst aber durchgreifen noch ein B oder H und ein C erreichen. Die vierte Seite ist die D-Seite. Da könnte man auch noch ein E und ein F durchgreifen erreichen. Die dritte Seite ist die G-Seite, auf der wir auch ein A spielen können. Die zweite Seite heißt nun Deutsch, H, Englisch, B. Wir finden auch das C und das D dort. Auf der ersten Seite, die ist wieder eine E-Seite, findest du demzufolge auch weiter noch ein F und ein G. So, und nun beginnt deine Arbeit. Du sollst nämlich dir diesen Überblick merken und im Kopf behalten. Wie geht das? Wenn du einmal jetzt hier auf diesem Bild ganz nach unten siehst, findest du heraus, dass die roten Buchstaben A, B, C, D, E, F, G. Das sind genau 7. Das ist der Anfang des Alphabets und das musst du zügig sprechen können. Das kannst du aber wahrscheinlich. Wichtiger auch noch zu lernen, das Ganze rückwärts zu können, nämlich G, F, E, D, C, B, A. Die kleinen Buchstaben links und rechts neben den großen roten, also die kleinen schwarzen, zeigen dir, dass es mit einer Wiederholung dieser Tonreihe sowohl nach oben als auch nach unten weitergehen kann. Um zu musizieren, benutzen wir meistens den Ausgangston C. Das heißt, du lernst jetzt weiter zu sprechen, diese Buchstabenfolge beginnend und endend mit C. Das ist blau eingekreist, also sagst du aufwärts, C, D, E, F, G, A, B, C. Versuch das selbst. Sprich mit C, D, E, F, G, A, B, C. Wenn das jetzt in diesem Tempo noch nicht klappt, halte den Film an und spreche es für dich so lange, bis du es zügig sprechen kannst, zum Beispiel wie C, D, E, F, G, A, B, C. Für die Denkweise, Töne folgen abwärts, lerne nun ganz langsam, das ist schwieriger, C, B, A, G, F, E, D, C. Du kannst jetzt hier wieder anhalten und üben und versuch dann einmal das Tempo mit mir zu übernehmen. C, B, A, G, F, E, D, C. Wenn du das in diesem Tempo kannst, dann bist du gerettet. Du wirst dich jetzt in Zukunft auf der Gitarre sehr viel schneller zurechtfinden. Viel Spaß mit deinem Instrument. Vielen Dank.